Hallo liebe Schüler, genau hier hatten wir im letzten Punkt geendet. Ich muss nur noch mal darauf hinweisen, dass du immer wieder möglichst auch diese Gruppen verlässt und einfach dann weggehst, damit du nicht automatisch oder aus Versehen etwas verschiebst. Wir wären jetzt mit dem Unterteil der Kiste soweit fertig. Ich werde das hier noch mal zusammenfassen und gruppieren. Jetzt ist das hier ein Block. Hier haben wir am meisten dran gearbeitet an diesem Stück. Das X, Schallloch, Klotz und die Verstärkung. Und jetzt werden wir den Deckel auf die Kiste geben und zwar einfach den Deckel anfassen. Dann das Verschiebenwerkzeug nehmen, dann hier auf die Eckkante gehen, anklicken, anheben und da klebt unser Deckel jetzt wirklich hier an diesem kleinen Punkt und den werden wir hier drauflegen und dann einmal im Röntgenblick anschauen. So, das Ganze müsste jetzt eigentlich so ausschauen, dass das ein Millimeter unterhalb der Decke sitzt und so wäre die Kiste schon mal optimal vorbereitet. Wir können jetzt auf alle Fälle im nächsten Video mit dem Hals beginnen. Vielen Dank. Vielen Dank.